Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wenn das auch fertig ist, dann werden wir endlich ein großes Family-Treffen auch hier zu Hause veranstalten. So meine Idee. Und ja, wir haben dann nur noch hier oben das eine Zimmer. Und dann kann Marlen auf euer abgestimmtes Grundstück ziehen. Und das ist folgendes Grundstück nämlich geworden in Dace of Valley. Nämlich das obere von den ganzen Grundstücken. Er sagt, er hat sich das so verdient und ich finde, ihr habt vollkommen recht an dieser Stelle. Und zwar wird das dieses wundervolle Grundstück hier für unseren Malen werden. Und ich freue mich schon sehr drauf, hier spielen zu dürfen. Ihr dürft mir jetzt nur noch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne ein modernes Haus oder wollen wir eher so eine spanische Finca bauen, hier oben hinsetzen. Ich bin sehr gespannt, für was ihr euch entscheiden werdet. So, wir haben ja jetzt Aria schon eine ganze Zeit nicht gesehen. Und ich frage mich, woran das wohl liegt. Ich möchte jetzt gerne nämlich einmal in den Stammbaum reingucken. Aber hier ist Gott sei Dank nichts passiert bei Marlen. Also wird Aria, denke ich, auch nicht schwanger gewesen sein. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir werden sie jetzt endlich mal anrufen. Denn wir haben sie, wie gesagt, schon eine ganze Zeit nicht gesehen. Wir werden sie jetzt einfach mal einladen und bitten zu kommen. Oh, wer bist denn du? Du bist ja auch süß. Guck mal, das ist ein Sohn von Lille. Interessant. Wird sehr interessant. So. Äh, ja. Sie spielt hier erstmal mit der Pfütze. Oh. Im Pfütze-Spiel macht glücklich. Hier ist erstmal Aria gelandet. Und sie ist endlich da. Wir werden mal ein bisschen lustig sein und mal mit jemandem parodieren. Und wir werden mal ihr ein Kompliment über ihr Outfit machen. Und wir werden, äh, einfach mal von Lieblingssängern schwärmen. Und in das, was Marlen halt am besten kann, äh, mal wieder ein Techtel-Mächtel veranstalten. Denn die beiden haben sich ja jetzt gute zwei, drei Sims-Wochen auch nicht gesehen, ne? Ich meine mal, das Nicht-Sehen in einer Beziehung ist ja auch immer nicht so schön. Gut, das könnten wir ja auch erstmal zumachen, Aria-Billy. So, haben wir. Ähm, ja, wie gesagt, ich warte gerade sehnsüchtigst darauf, dass unsere Babys kommen. Das kann auch gar nicht mehr so lange dauern. Ähm, also bin ich der Meinung. Ja, nur ein Freak würde das auffischen. Und, ähm, ja. Äh, Marlen macht wie gesagt gutes Geld. Wir werden aber nur sein Taschengeld mitnehmen. Und sein Taschengeld beläuft sich mittlerweile auf... Den Rest werden wir hier lassen. Also ich werde auf Null cheaten und wenn wir auf dem... Also nur das Grundstücksgeld mitnehmen, dass wir uns das Grundstück auch leisten können. Und den Rest werde ich dann dort auf Null cheaten, um dann das Geld vom Zulagenkonto zu holen. Denn dieses wundervolle Haus haben wir jetzt auch abbezahlt. Ist die Frage, ob ich das jemanden nochmal in der Galerie hochladen soll oder nicht. Ob das einer von euch haben möchte oder nicht. Ähm, das Original ist ja auf jeden Fall auch undekoriert in der... Sag doch mal schnell, in der, äh, Galerie zu finden. Hier haben wir jetzt 12.157 Simoleons. Und Marlen hat nur noch... 28 Tage. Und dann ist er endlich ein junger Erwachsener. Doch so mittlerweile, glaube ich, möchte er auch endlich jetzt wirklich so ganz alleine wohnen. Auch ohne Mitbewohner. Möchte wahrscheinlich auch gerne jetzt mal, äh, ein bisschen nackig durch die Wohnung laufen. Jetzt wird er natürlich seiner Leidenschaft folgen. Na, die Hunde nehmen wir natürlich mit. Das sind ja auch seine. Die werden nicht hierbleiben. Aber, ja, ich glaube, wir werden jetzt nochmal unsere Schwester einladen. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, ne? Äh, dass, äh, die eventuell auch mit Sam ein bisschen was, äh, am Wickel hat. Weil die beiden haben wir ja herausgefunden. Verstehen sich auch Wunderbärchen. Du musst deine Tiere besser behandeln. Und wie kann das denn angehen, dass der Hund schwanger ist? Oh, nein, da wollte ich doch gar nicht rein. Äh, Tierarztleckerchen geben? Ne, warum? Aber irgendeinem geht's auf jeden Fall nicht gut. Ich weiß aber nicht, wen's von den beiden schlecht geht. Äh, genau. Du kannst ja erstmal beide hier nochmal bürsten. Aria liest jetzt erstmal, nachdem sie, äh, unseren Süßen hier gerade so ein bisschen zusammengefaltet hat. Ähm, wir werden jetzt hier einfach nochmal umarmstreichen und spielen. Kann ich dich nicht bürsten? Doch, guck mal hier. Ja. Sie bildet erstmal die Haustür an. Dann gucken wir mal eben ein bisschen nach Sam. Sam kann sich nämlich mal hier ein bisschen, äh, ein wenig Eve mal zuwenden. Ein bisschen Smalltalk nach Tagfragen. Charlotte Cuthbert ruft an, um zu plauen. Dann willst du rangehen. Sag, also diese Familie, ne? Das geht nicht mit und das geht nicht ohne, sag ich euch. Das ist ja fast wie bei mancher Familie im Real Life hier. So, dann kannst du, jetzt gehst du mal aufs Ganze. Fragst mal, ob sie Single ist und, äh, fragst mal, äh, und flirtest sie einfach mal an. Ne, du gehst jetzt hier mal so ein bisschen auch aufs Ganze. Dann gehen wir mal hier hin. Dann kannst du erstmal nochmal eine dramatische Geschichte erzählen. So. So doll will ich mich ja bei den Geschwistern jetzt eigentlich nicht einmischen. Oh, Pipi hat sie gemacht. I do fine, ma. So. Dann verschaffen wir erstmal den armen Tieren nochmal ein bisschen Erleichterung. Na, dann könnt ihr nämlich beide nämlich nochmal ein bisschen Gassi gehen. Und Aria. Ja, also ich finde, für das sie sich eigentlich so zwei Wochen nicht gesehen haben, gehen die sehr gut miteinander um, indem sie sich ignorieren. Also es ist, also es ist sagenhaft. So. Ihr könnt dann nochmal über Tanztechniken reden, wenn du hier die Pfützen dann soweit auch aufgewischt hast. Die Huni-Munis sind los. Das haben wir auch. Wunderbest. Ach, sie geht jetzt erstmal nach oben. Okay. Okay, 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 okay. Ja, und wir haben ja gesagt, dass Aria dann sozusagen mit einziehen darf, wenn wir das Bestreben dann auch erfüllt haben. Also Malen muss ja erstmal noch hier vier Lieder schreiben, auf jeden Fall. Das werden wir jetzt an dieser Stelle auch nochmal schnell tun. Genau. Machen wir eine epische Ballade. Kriegen wir jetzt eigentlich noch Money. Nee. Können wir noch nichts wieder einsetzen. Aber Malen muss auf jeden Fall, solange er hier noch wohnt, die vier Lieder schaffen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde jetzt ganz gerne den letzten Rest vom Schützenfest hier nochmal eben schnell fertig machen wollen, weil wir haben ja noch 31.000 Simoleons. und wünsche euch jetzt nochmal ganz viel Spaß bei diesem Miniatur-Speed-Bild, weil viel werden wir hier jetzt auch nicht mehr hinsetzen. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das ist aber auch mal eine gute Idee. Ich habe so jetzt ja auch noch keine großen Familienfotos. Wenn wir nochmal echt wirklich hier so mit jedem mal eben nochmal ein Foto machen mit und alle einmal dazunehmen. Weil wir haben gar keine Einzelbilder mit Marlin und seinen Geschwistern. Das erste, was wir jetzt machen, ist Eve. Ich hoffe, ihr steht jetzt nicht auf Klo. Okay, ich habe keine Ahnung, aber ich würde es mal vermuten. Ja, das passt zu den beiden. So selbstsicher und das passt schon sehr gut. Oh, Marlins Augen. Der hat so Reynas Augen mitgekriegt. Oh, ich schmelze. Leute, ich schmelze dahin. So, und dann brauchen wir natürlich auch noch... Ja, du bist todmüde. Ich habe es befürchtet. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal nachholen. Marlin ist jetzt erstmal total müde, ne? Gast für Kommen danken. Jetzt bist du natürlich ins Bett gegangen. Das tust du am besten mal bei deinem Papa. Über die Wichtigkeit von Familien reden. Über Familienstammbaum reden. Das kannst du ja mal tun. Ach, guck mal. Ich habe noch nie so eine Family-Feier hier auch. Über zukünftige Familienpläne reden. Das kannst du ja mal mit dem anderen Oberhaupt der Familie tun. Ähm... Wo kann ich denn jetzt fürs Kommen danken? Äh... Smalltalk. Dafür Kommen danken. Über Familie reden. Das haben wir eigentlich ja gerade getan. Freundlich. Ach so, Fotos teilen. Ja, das können wir dann auch nochmal machen. Freundlich. Das ist auch unter Smalltalk, ne? Smalltalk. Fotos teilen. Dann kannst du das ja auch nochmal bei deiner Schwester gleich tun. Immer wichtig, ne? Erstmal das Fotoalbum rausholen, ne? Das passt. So, ich hoffe, das machst du jetzt auch nach, weil ich würde ja zumindest ganz gerne nochmal annähernden Bestand Gold erreichen wollen, ne? Aber immerhin haben wir Silber erreicht, Leute. Wie lange, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Ich meine, er fällt ja nur gleich an Ohnmacht oder so, ne? Vielleicht gehen wir trotzdem jetzt mal erstmal einen Augenblick ins Bett. Hier seht ihr ja schon, hier ist ja schon alles rot. Aber, oh, wir sind fast am Ende. Wir müssen eigentlich nur nochmal jemanden umarmen. Stopp! Und da kommt auch schon die Richtige dafür. Denn mit Rainer haben wir noch gar nicht interagiert. Und die vermisse ich ja auch so, ne? Ach, die Mausi vermisse ich ja auch so. Äh, kennenlernen Fotos teilen. Äh, nach Kreditfragen. Nein. Du sollst die Zuwendung umarmen. So, das darfst du jetzt nochmal schnell machen, Marlin. So, da gucken wir auch nochmal zu. Und dann müssten wir auch den Goldstatus haben, oder? Oh, so ne Mann und oh. Oh, hat nicht gereicht. Sims umarmen. Ach, wir sollen zwei umarmen. Ja, guck mal. Hier, freundlich. Ne, kannst du mal deine zukünftige Schwiegermama noch umarmen. Auch mal keine schlechte Idee. Sehr gut. Und wir haben den Goldstatus erreicht. Besser kann es für uns auch nicht sein. Ne, wir teilen hier gerade noch Fotos. Wunderbärchen, ne? Also, das hat geklappt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt schön auf dich auf. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und Feierchen im Herzchen. Amen. Amen.